hallo und wir spielen hier wieder sticks und ja wir sind an einem ziemlich schweren punkte wie angelangt irgendwie sind hier ewig viele ritter und soldaten und ich weiß nicht was und ja wir sterben deshalb auch einiges an tode aber wir geben ja nicht auf ich will das schaffen was das wir ich gibt das nicht auf natürlich das rede ich hier da habe ich nicht gesehen toll da ist ein durchgang und da haben die blödmänner da haben die blödmänner einfach man einmal alles vorgestellt seht ihr das das mache ich erst mal alles aus und dann gehen wir auf jeden fall mal rein weil das ist ja nicht umsonst dass das da so ist hat niemand gehört ok kann man nur da raus gucken weiter was da noch ist ok ok nee da sind wir jetzt gerade so viele da versuchen wir das doch lieber hat er nicht gehört versuchen wir das doch auf dem weg hier langsam und gemächlich ok hier ist nichts ich würde sagen wir wollen aber runter gehen wo sie alle sind speichern wir noch mal schnell ok da ist eine große tür kann man hier was aufmachen nö oi 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 ok bleibt er da stehen oder kommt er hier rein? ne kommt hier rein ok ok da kommt er vorbei so und jetzt bei allen da raus zu kommen weil ich denke bin ich bin warte Laptop nicht stehen. Menschen nehmen wir auch gerne mit. Den holen wir uns noch. Der sieht uns ja sonst nicht gleich. Wenn's runter geht, ne? Und das wollen wir ja nicht. Komm, da geh nicht um. Dreh dich um und stirb! So, hier ist noch mal ne Tür, da gucken wir auch mal rein. Schlafraum irgendwie, ne? So, aber bevor wir da reingehen, das kennen wir ja. So, und jetzt rein. Ui. Der sieht uns bestimmt, wir sind ja gar nicht versteckt hier am Bett. Komm. Wer geht denn da noch? Ach, da unten sind noch ein paar. Ach, das ist nur ein Schrank. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte, da wäre noch ne Tür. So, wir bringen den aber weg. Ja, blöse ist der Tüte da vorne, der geht nicht weg. Wo kommt der nach hier hinten? Oh, das wäre super, wenn der kommt. Schönen Schwinger und dann. Null. So. Kann man den aber in die Brust umschmeißen? Dann haben die dort wieder Spaß. Ne, geht nicht leider. Okay, wie kriegen wir den da jetzt weg? Oh, nicht laden. Speichern. Vielleicht können wir den anlocken. Und vielleicht schaffen wir den auch beim Campen. So. Okay, das hat funktioniert. Fokus verlieren die alle schon wieder. Der ist ja tot. Der sitzt da schön, ne? Ach, da ist ne Tür zu. Okay, ich dachte der kommt ja vielleicht rein, aber. Oh, toll. Eine blöde Münze. Ich dachte vielleicht ein Schwert, oder? Ja. Also so ein Wurfmesser meine ich natürlich. Guck mal, wie immer durch da ist keiner. Okay. Ja, wir sind doch immer gleich weit weg von der Kanalisation, ne? Das ist ja irgendwie. Komm, mach die Tür auf, oder? Okay, hier kann man durch. Hier ist der Tisch. Ich hoffe jetzt kein anderer jetzt. Ach, die scheiß Flasche. Ich bin drauf geschissen. So, im Schrank rein. Oh. Nein, ruhig stecken. Rein mit dir. Ja. Die Münze habe ich selbstverständlich gesehen. Oh, könnte ich mal die fetten Schwerter nehmen. Da ist doch ein Wurfmesser, das sieht man doch, ganz klar. Wieso kann ich das da nicht rausfischen jetzt hier? Ui. Nein, mein Freund, hier ist kein... Hier ist niemand. Hier ist niemand. Nur ich. Ah. Wieso kann ich das Messer nicht nehmen? Ich will das Messer haben. Oh Mann, das ist doch kacke. Da ist doch... Nein, nein, nein. Schhh beck mit dir. So, könnt auch einfach mal einen nehmen wieder. Blasand? Nee, war nicht. Das ärgert mich, dass ich da das Messer nicht nehmen kann. Ich will das haben. Jetzt habe ich es genommen. Ne, habe ich nicht. Oh, ich dachte. Geht nicht. Kackte. Das könnte ich doch hier so gut gebrauchen, das Messer. Okay. Ach, ich kann da gar nicht speichern. Jetzt kann ich speichern. Oh, fuck me! Da haben sie mich gesehen, die blöden Säcke. Oh komm, die müssen wir an den Tür. Oh shit, das ist für mich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da war doch ein kleines Loch. Ha. Hab ich doch eben gesehen. Was ist das für ein Typ da? So. Der blöde Ritter, dem kann man nicht vorbei. Warum? Oh nein! Was? Oh nein! Was ist das für ein Typ? Das ist für ein Typ. Unglaublich! Warum kommt das Ding aus? So, ich muss da was machen. Oh. Oh 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 oh. Oh, da kommt der Ritter zurück. Oh, da kommt der Ritter zurück. Was? Geh, geh, geh. Oh shit, das ist für mich. Oh scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das haben wir richtig krach gemacht. Ich speichere nochmal gerade. Und ob wir dann den Weg hier weiter zur Kanalisation in 93 Meter schaffen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Gut. Vielen Dank für's zu sehen. Und bis dann. Tschüss.